hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für freitag den zehnten 2 2023 und ihr müsst mehr anschieben jungs das ding kippt passt um kann man so sagen wir haben wenn wir uns anschauen was wir vom dax haben wollten war das definitiv erstmal noch eine weiter aufwärtsbewegung haben gesagt er kann wenn er über 94 raus geht weiter bis 55 36 und vielleicht sogar auch schon 57 55 haben wir geschafft 6 30 haben wir geschafft und dann kam die erste rote stundenkerze auch darüber hatten wir gestern gesprochen haben gesagt wenn ihr im oberen bereich die erste rote stundenkerze kommt mal etwas aufpassen kann durchaus sein dass er dann deutlicher wieder zurückzieht und zwar auch wirklich deutlicher wieder zurückzieht bis eben dann unten wieder eine grüne stundenkerze kommt und dazu ist es nicht gekommen hat dann eine rote ich glaube neun fast fast neun rote stundenkerzen hintereinander weggezogen und sich relativ tief wieder zurückgelegt die tatsache dass wir aber mit neun roten stundenkerzen gerade mal den gap close geschafft haben vom vortag zeigt uns dass der hier im grunde genommen eigentlich nur sehr gesittet abgelassen wurde ja also es gibt da andere andere indizes sind schlechter aus crypto sehen ganz gruselig aus also das sieht aus wie es geht die nächste welle zu neuen tiefs los das heißt es scheint wieder liquidität aus dem markt heraus gezogen zu werden aber man muss sagen bei dem was man beim dax gesehen hat wäre ich vorsichtig jetzt auf basis der tages kerze zu negativ zu sein ich sage nicht dass man nicht shorten darf wenn der weiter fällt ich sage nur dass man vorsichtig sein sollte wenn er nicht in der erwartungshaltung am freitag jetzt läuft ich glaube da ist das risiko und deswegen werden wir da gleich ein bisschen länger darüber erzählen denkt dran ist es wie immer nur weil wir über das ein oder andere szenario länger sprechen weil es vielleicht komplizierter zu traden es weiß mehrere mehr leute gefährlicher erwischen kann so dass viel geld verlieren dann nehmen wir uns mehr zeit ein solches szenario zu besprechen als ein anderes heißt aber nicht dass es mit höherer wahrscheinlichkeit eintritt ja das gleiche wie immer auch wenn mir immer wieder ganz viele leute zeigen dass sie einfach unsere analysen nicht verstehen wollen einfach nur jeden tag blödsinn runterkommen die anbringen das ist okay kann ich mit leben aber fakt ist er hat das wunderschön gemacht ist sehr gut in der analyse gelaufen und viel zu langsam wieder runter zu kommen ich weiß dass viele sehr intensiv sich angefühlt hat wie runter gekommen ist weil wirklich so lang gefallen ist aber es ist zu kurz gewesen und es war nur ein gap close das heißt wir haben von oben im grunde genommen nicht auf das erste bis zurücklauf niveau zurückgesetzt sondern auf das zweite bis zurücklauf niveau zurückgesetzt und natürlich jetzt hier auch eine support chance um umzudrehen das heißt sollte uns der dachs von beginn an am freitag früh grüne kerzen nach oben drücken und relativ früh schon per stundschluss wieder über 94 480 drüber gehen hat er die möglichkeit den freitag bis abends hoch wieder zur 6 30 und auch sogar bis zur 57 zu laufen und das ist denke ich für viele dann so da kommen die mit dem kopf nicht klar und stellen sich dann dagegen schauten dann die ganze zeit drin rum deswegen möchte ich das einfach nur vorstellen und erklären weil das ganz oft so ist und ganz oft so abläuft ja wenn der markt einfach so flach und langsam zurückkommt also das ist nicht unbedingt flach aber es war wirklich langsam war keine dynamik drin kein druck und er dreht sich dann gerade insbesondere auf einem freitag und hat am donnerstag nachmittags dann nochmal nach unten geladen dann kann der durchaus richtig raus treiben das heißt ich würde über 94 480 mich einfach nach oben orientieren erstmal bis 55 mir dort anguckt wie bewegt er sich wie verhält er sich wie reagiert er dort wird er das richtig nach unten weg verprügelt glättet er einfach durch wie es wäre da nichts und umso leichtfertiger die 550 da oben raus nimmt umso eher würde ich damit rechnen dass wir noch auf 6 30 und 57 dann gegen abend hinlaufen das heißt wer dann am morgen hier unten in dem bereich ein short eingesammelt hat und der abend neigt sich dem ende zu und man steht schon bei 700 und hat jetzt den fünften short aufgemacht macht bitte nicht noch den sechsten und siebten auf läuft wahrscheinlich auf 57 wenn ich gar sogar noch höher dann weiter raus er macht am montag auch noch ein stich drüber wenn er am freitag so hoch rennt ja und das sind immer genau die stellen wo viele so an für fehler anfällig sind sie waren short getrimmt wollte vielleicht dort handeln haben sich dann von ihm long ködern lassen weil sie sich gesagt haben ja jetzt bin ich hier im stop loss raus geflogen jetzt ist es so gefallen jetzt bin ich wieder eingestiegen und dann shorten sie der bewegung hinterher und entgegen ja und deswegen zettel an bildschirm machen oberhalb von 94 kritisch gegenüber short sein und man hat schon mal das größte fehlerrisiko des freitags im grunde ausgemerzt ja weil man dann definitiv nicht zu denen gehören wird die dann da im falle des falles erst macht das überhaupt so dann mit 6 7 8 9 10 shorts oben raus gibt ja auch leute die hauen da 500 shorts rein oder 50 und alle hintereinander ohne stop loss und wundern sich dann dass sie wieder dass sie dann wieder ein brief kriegen oder eine e mail von ihrem von ihrem broker mit margin call und solchen hinweisen ja also vernünftig bleiben oberhalb von 94 wir haben das risiko zu groß dass er nach oben raus geht aber jetzt für diejenigen die in unten haben wollen wir haben eine möglichkeit wir haben ein fenster da das wäre a möglichkeit a ist wir steigen im morgen erstmal ran gehen auf 5 30 5 40 55 kippen dort um gehen weiter gehen wieder zurück und unterbieten auch zum nachmittag die tiefs dann akut warnung für abverkauf richtung wochenende und ziel wäre dann erstmal bereich wieder 270 300 und darunter die 1 50 das bleibt hier dabei 1 70 bis 1 50 das weiterhin eine schöne zone die auch immer noch angelaufen werden kann definitiv das verschwindet erstmal nicht und selbst dann hätte dann auch mal eine möglichkeit nach oben zu drehen also dort ist noch nicht mal aller tage abend das wird erst drunter dann wackelig ja insbesondere hier unter 15.000 unter 15.100 da kommen mittelfristige shorts wieder ins thema oder in die mode hier sollte man auch ein bisschen risiko mit einplanen dass er sich doch leicht wieder hoch ziehen kann gleiche gilt natürlich auch wenn er von beginn an früh runter arbeitet mir wäre bloß wichtig dass man ein bisschen 9 9.39 dann aufpasst oft wenn er runter arbeitet zu beginn holt er sich dann dort eine drehung raus schiebt sich wieder hoch und dann würde trotzdem gelten egal zu welcher uhrzeit am tag am freitag wenn er oberhalb von 490 rum turnen dann geht für mich risiko nach oben auf das heißt da würde ich keine shorts halten wollen also das wäre mir zu heiß einfach wird hätte ich keine lust zu dass mir dann irgendwie anzugucken oder zu lange minus rum zu laufen zu lassen deswegen darüber auf jeden fall risiko dass er auch definitiv hier in die 755 rein kann kann der das kann der hat er oft genug schon gemacht aus ähnlichen situationen und wenn aber hier durchzieht schwäche zeigt oder sich zum beispiel aus der 55 das bein bricht und abschießt dann hier runter in die 300 270 und 1,70 bis 1,50 ganz 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 interessante zone ja ja also wir machen das hier zu nicht den kopf in den sand stecken weil sich von dem move vom dax hier so ein bisschen irritiert fühlt oder veralbert fühlt das ist der markt damit müssen wir uns anfinden der wird manipuliert von morgens früh bis abends das liegt einfach daran dass viele markt teilnehmer geld haben und gerne mehr hätten und denen ist jedes mittel recht dazu und also funktioniert die börse brauchen man sich nicht drüber aufregen brauchen wir nicht den kopf in den sand stecken sondern muss anfangen das für sich zu nutzen und mitzugehen und regelmäßigkeiten einfach im markt zu traden weg zu gehen von ad das muss da jetzt fallen das muss doch jetzt steigen hinzu mir ist das scheiß egal was er morgen macht hauptsache schon meine punkte raus und das muss man hinkriegen ja und von daher kann ich mir noch einen kommentar zum seminar erlauben ist ja nur am 25 26 in magdeburg 22 einzelne plätze haben wir noch oder doppelten für ein pärchen je nachdem hat man auch schon so ein welchen mit der frau aufs tradingseminar gekommen damit sie vielleicht ein bisschen verständnis kriegen oder keine ahnung haben wir auch schon gehabt ja soll alles gehen also ok wenn der interesse ist einfach melden und ansonsten würde ich hier zu machen wünsche euch viel erfolg zum freitag ich kann leider immer noch keinen webinar termin für den sonntag bekannt geben aber es wird nachmittag bis abend werden ich gebe dann noch mal eine info mail am wochenende rum ich wäre es wahrscheinlich jetzt auch über den freitag noch nicht konkretisiert bekommen im zweifel wird zur ersten info dann sonntag vormittag geben wann es genau ist bitte ich um verständnis ist aus familiären gründen nicht anders möglich diese woche gut ich mache hier aus wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns sonntag wieder bis dahin tschüss